Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Calibria Crystal Guardians. Okay, das habe ich gerade wieder runtergeladen, jetzt will ich starten. Ich probiere wieder ein XX oder ein XL Video zu machen. Ich möchte die ganzen Tagesszene am Tag schaffen, die für mich da sind, obwohl ich glaube das kommt immer erst nach der Einführung. Bei dem letzten Spiel war ja gar keins da. Bei dem Spiel weiß ich auch nicht ob es eins ist, aber das werden wir dann sehen. So, dann werden wir jetzt mal hier starten. Tab to start. Jawohl. Ah, Sound an machen, ja. Sound ist an. Oh, es ist kein Sound da. Ah. Ich habe auch noch ein aktueller Spielstand, den ich hatte. Oder doch. Doch. Ist der aktuelle Spielstand. Nice. Oh, Level 4. Oh, Level 5. Ich bin ja nicht so einer, der gerne Sachen kauft, deswegen, weil ich nie weiß, wie lange ich da Spiel spiele. Es gibt's für ein Spiel, da habe ich schon mehrere tausende Euro ausgegeben. Das ist halt bei World of Warcraft, wenn ich die monatliche Gebühr dazu rechne. Holiday Events. What is it? Shop. Packs. Vielleicht doch gerade schon mal drinnen. Die haben doch bestimmt was anderes hier. Oder? Oh, egal. Shop. Keine Ahnung, was da ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da sind die Quests. Da werden wir gleich mal hingehen. Erstmal schauen wir hier, was da noch ist. Was? Das ist mein ganzen Helden, die ich schon habe? Ne. Ich habe fünf Helden. Wollte schon sagen. Das sah mir schon ein bisschen viel aus. Ach, da. Und da ist noch einer. Okay. Hier haben wir noch. Haben wir den. Das war's. Wir folgen immer die ganze Zeit den Ausrufezeichen hier. Jetzt auf Queste. Und ich werde probieren, die ganzen hier fertig zu machen. Sieht auch so viel aus. Fight in the area three times. Okay. Das können wir auch schnell machen. Battle. Arena geht noch gar nicht. Erst ab Level 7. Das ist ja auch schon wieder was hier. Tagesquests machen, aber ich komme noch nicht mehr dahin. Das ist ja auch schon wieder. Clear. Magic. Katakombus. Das Katakombus. Ab Level 7. Valst du mir? Ja. Nee. Stage 7. Clear. Charakter. Three. Clear. 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 Ich glaube, ich muss hier kämpfen. Normal. Kampf. NMD mit. D, D und D. Und starten wir. auf drei automatik ich kann erst automatik machen wenn ich es einmal geklirrt habe jetzt kommt wieder überall ausrufezeichen ich kann nichts drücken hier muss ich drücken ich will be the same type of runes in different slots can activate rune set atributes Fantastisch! Du schaffst, wir kämpfen weiter und finden mehr Rune. Keine Tagesquests. Ah, meine Maus. Und weiter geht's mit dem Kampf. Da geht noch nicht, also 3. Okay. So, dann als erstes, einfach einen kaputt machen, jetzt zack, erster weg, zweiter weg, fertig. Dann machen wir mal erst den Einiger, dann den Schwachen. Und jetzt alles auf den Großen. Was ist denn jetzt los hier? Auf die Beinetz hier, okay. Okay. Nice, nice, nice. Again. Formation. So, dann. Okay. 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 Next stage. Sie sind schnell! Sie können nicht weit entfernen! Los geht's! 4 Runden waren das, ne? Die 10 Minuten sind vorbei, aber ich möchte die Tagesqueste machen. Deswegen... Jagen wir jetzt hier alles einfach mal durch. Erst die Schwachen kaputt machen. Danach die Starken. So. Und... Das läuft doch schon mal. Wie geschmiert. Ich glaube jetzt nächste Runde. Da werde ich Probleme kriegen. Oh, kommt der Boss. Kobold. Schöne Story. Starflow. Super! Skei. Schreie. 주, Schreie. 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 Okay. Ich. Stopp, Mila. Die Queen wird stopp, Mila. Neuen Charakter. Nice, nice, nice. Level 6. Ah, Arena frei gespielt. Also 3 meiner Arena Spiele ist jetzt angesagt worden. Duell. 1. Fahr mit dem obersten an. Erstmal den kleinsten. Dann den hier. Und dann den. Okay, Duell 1. Geschafft. So weit bin ich doch noch gar nicht. Ich. Ich musste noch Duell machen. Nächstes Duell. Der 2 Sterne. Wenn ich den wegnehme und den rein setze. Der ist aber Level 1. Ob das was bringt, das werden wir gleich sehen. Lumi. Lumi. Da ist der schwächste. Danach kommt der. Ah. Und jetzt der. Walki. Walki-loki. Da ich auf Back drücke. Ah. Ist doch viel besser. Dann kommt jetzt der hier dran. Dann kommt jetzt der hier dran. Okay. Das war jetzt die eine Quest. Und. Und. Ah. 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 Heroes Gehtnisch Ok Beden Gehtnisch 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 Ah Das ist das Ich brauche meinen anderen dafür Ich wähle zum Beispiel Den an Und benutze den Ich mache erstmal den 1 auf 10 Den Heiler Vielleicht nicht den Heiler Vielleicht er Nehmen wir die hier 1 1 2 Und Der ist Level 15 Der hat nur einen Stern Egal 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 So Jetzt haben wir die eine Tagesquest fertig So Jetzt machen wir Summon Heroes 3x Summon Einen haben wir gerade schon beschworen Kommt der nächste Eine Schatztruhe Ok Und Gehtnisch mehr Ich brauche ein Buch Da Hey Hab ich doch gekauft oder nicht Ach Da sind die Na gut Jetzt habe ich ein Buch zu viel gekauft Was soll's Jetzt haben wir auf jeden Fall 3 Stück Beschworen Send Gifts To Friends 5 times Give our friends Und wir senden hier Geschenke 2, 4 Und 5 Fertig Ok Jetzt machen wir das hier Battle with the Friends 3 times 2 mal habe ich schon gemacht Weil ich die ganze Zeit Was Falsches gemacht habe Das ist einmal hier auf Battle gehen Dann geht man hier auf Und Dann wählt man einfach einen Freund da hinzu So Dann machen wir jetzt den hier Ich nehme meinen 8er weg und setze den da rein Das ist das Battle mit einem Freund Ich habe hier auf Autoplay gerade laufen Dann gehts alles ein bisschen schneller Als wenn ich hier mal umklicke So Dann gehen Sie Das ist neu Du Hörst Dann so das war jetzt der dritte Kampf mit einem Freund zusammen und da ist es abgeschlossen jetzt muss ich das hier noch einmal klären und die anderen bei machen Entrace Runes wo kann ich die Runen aufbessern das weiß ich noch nicht so genau da Runen und dreimal aufgebessert zack fertig jetzt kommt das nächste das dauert ein bisschen Clear Magic ok das bei ist das gleiche so jetzt machen wir die nächste Quest Clear Colossus Catacombus und Clear Magic Catacombus da ist Colossus da gehen wir jetzt rein Colossus Catacombus und den einmal klären fangen wir mit dem einmal an Battle wir nehmen jetzt unsere Helden und starten die anderen sind alle low und den über diese und starten dann schauen wir mal ob wir das schaffen hm ich denke mal schaffen wir sieht bislang ganz süß aus Eieieieiei ist das laut geschafft super einer hat noch ein Level abgekriegt mein Barbar ist noch nicht gecleared schauen wir mal doch ist gecleared und jetzt noch einmal Clear Magic Catacombus gehen wir jetzt hier rauf auf Battle darauf und auf Magic ach das kann man bis dahinten hin spielen weil die wollen ja nur dass ich die erste Stufe clear aber wir probieren jetzt mal so weit wie es geht und dann sind die Tagesquesse geschafft ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut wie viel Zeit ich jetzt gebraucht habe für die Tagesdaddies aber das war glaube ich eine Stunde bisschen länger wie eine Stunde ja man sieht so wenig hier naja geht leider nicht hoch und runter nur links und rechts die Kamera schauen wir mal ob wir die nächste Runde auch noch schaffen wir haben die Tagesquests jetzt schon nicht erreicht denke ich mal das wird schon schwieriger das ist jetzt genau mein Levelbereich den ich jetzt hier gerade habe deswegen also durchschnittlich bin ich bisschen über den Levelbereich mit der Drache mein kleines Teil ist Level 10 wie der Drache die anderen sind hier alle 16 und 18 also dreimal 16 einmal 18 aber das müssen wir trotzdem locker schaffen eigentlich ich weiß nicht einer weg zweiter weg dritter weg vierter weg nein noch nicht vierter weg jetzt vierter weg und alle tot ne ich habe nicht ok dann haben wir uns jetzt die Tagesquest ab b b b b b b b b b m da ist die Daily ich habe meine täglichen Quests heute alle erreicht Level 10 geworden ist richtig cool wir sollen noch mal hier die sachen alle ein die man einsammeln kann hier wäre auch noch einer wie groß naja egal auf jeden fall das mein sohn tals christian war die geschafft so ausgleichen alle weg gemacht bis außer auf den shop weil der leuchtet für die ganze zeit ich denke mal das heißt hier du sollst kaufen machen wir nicht dann will ich jetzt den dinges abholen beenden mein spiel mein ticket abholen und dann habe ich das geschafft jawohl dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid bis da wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen